Samsung Galaxy A55 5G Kameratist Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues und wichtiges Video mit euch, nämlich einen Samsung Galaxy A55 5G Kameratist. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue und Nützliche zu erhalten, fahren wir nun mit der Erklärung fort. Wir haben das Samsung Galaxy A55 5G den strengen Kameratests von DXOM ARK unterzogen, um seine Leistung in Bezug auf Foto- und Videoqualität und Zoom aus der Sicht des Endbenutzers zu messen. Dieser Artikel beschreibt, wie sich das Gerät in verschiedenen Tests und mehreren häufigen Anwendungsfällen geschlagen hat und zielt darauf ab, die wichtigsten Ergebnisse unserer Tests anhand eines Ausschnitts der erfassten Daten hervorzuheben. Zusammenfassung Hauptkameraspezifikationen Primär 50 MP Sensor Blende F 1,8 AF OIS Ultraweit 12 MP Sensor 123 Grad Sichtfeld Objektiv mit F 2,2 Blende Makro 5 MP Sensor F 2,4 Blende Positiv Präzise Belichtung Ziemlich großer Dynamikbereich bei hellem Licht und in Innenräumen Ziemlich hohe Textur gerade bei hellem Licht Gute Videostabilisierung im Stehen während der Aufnahme Nachteile Etwas AF Belichtungsinstabilität und Stepping Rauschen Insbesondere in den Schattenbereichen des Rahmens Manchmal ist die Farbwiedergabe ungenau Bei Bewegungen während der Aufnahme ist die Videostabilisierung wirkungslos Farbverschiebungen Leuchtende und kombinatorische Artefakte Eingeschränkte Zoom-Möglichkeiten Geringe Textur und begrenzter Dynamikbereich bei Zoom-Aufnahmen Das Samsung Galaxy A55 5G ist eines der neuesten Modelle der A-Serie von Samsung und der Nachfolger des zuvor von uns getesteten A54 5G Das neue Modell teilt einige Kamera-Hardware-Spezifikationen mit seinem Vorgänger und auch in unseren Tests zeigte die Kamera eine ähnliche Leistung Die Gesamtergebnisse waren für diese Geräteklasse sehr durchschnittlich Mit präziser Belichtung und recht guter Textur bei Aufnahmen unter geeigneten Lichtverhältnissen In schwierigeren Situationen, zum Beispiel bei Szenen mit starkem Gegenlicht Sehr schwachem Licht oder Szenen mit Bewegung Stellten unsere Tester jedoch eine Reihe von Fehlern fest Darunter Farbverschiebungen um abgeschnittene Bereiche Geisterbilder und einen spürbaren Rückgang der Tracking-Fähigkeiten des Autofokus Überraschenderweise stellten unsere Tester fest Dass der Bokeh-Modus des A55 weniger genau ist und mehr Motivsegmentierungsfehler und Aktivierungsfehler aufweist als der vorherige Modus Das Fehlen einer dedizierten Remote-Kamera-Einheit führte dazu, dass die Bildqualität im Nahbereich sehr eingeschränkt war Im Ultra-Wide-Bereich bot die A55 einen etwas größeren Dynamikumfang als die A54 Wies jedoch höhere Geräuschbegel auf, insbesondere in den Schattenbereichen des Rahmens Zudem war die Farbwiedergabe weniger angenehm Einige Farben breiteten sich aus Im Videomodus war die Stabilisierung nicht auf dem Niveau von Spitzengeräten Beispielsweise dem Apple iPhone 15 Pro Testzusammenfassung Über DXOMARK-Kamera-Tests DXOMARK-Kamera-Tests werden in Laboren und in realen Situationen mit einem breiten Themenspektrum durchgeführt Die Ergebnisse basieren auf objektiven Tests, deren Ergebnisse direkt von der Messsoftware in unserem Laboraufbau berechnet werden Und auf Wahrnehmungstests, bei denen ein Team von Bildexperten mit Hilfe eines ausgefeilten Satzes von metriken Aspekte der Bildqualität vergleichen kann Die menschliches Urteilsvermögen erfordern An den Smartphone-Tests ist ein Team aus Ingenieuren und Technikern etwa eine Woche lang beteiligt Bild, Zoom und Videoqualität werden separat erfasst und anschließend zu einem Gesamtscore zusammengefasst Um Kameras in verschiedenen Geräten vergleichen zu können Weitere Informationen zum DXOMARK-Kamera-Protokoll finden Sie hier Weitere Details zu den Ergebnissen der Smartphone-Kamera finden Sie hier Der folgende Abschnitt fasst die wesentlichen Elemente der umfassenden Tests und Analysen von DXOMARK zusammen Vollständige Leistungsbewertungen sind auf Anfrage erhältlich Bitte kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie Sie einen vollständigen Bericht erhalten Bild Über DXOMARK-Kamera-Phototests Zur Aufzeichnung und Analyse erfassen und werten die Ingenieure von DXOMARK mehr als 2600 Testbilder in kontrollierten Laborumgebungen sowie in Außen-, Innen- und Schwachlichtlandschaften aus und verwenden dabei die Standardeinstellungen der Kamera Das Fotoprotokoll ist auf die Berücksichtigung wichtiger Anwendungsfälle ausgelegt und basiert auf typischen Fotografieszenarien wie Porträts, Familien und Landschaften Die Bewertung erfolgt durch visuelle Untersuchung der Bilder anhand einer Referenz natürlicher Szenen und durch objektive Messungen an Kartenbildern, die im Labor unter verschiedenen Lichtbedingungen von 1 bis 1000 plus Lux und Farbtemperaturen von 2300K bis 6500K aufgenommen wurden Hineinzoomen Über DXOMARK-Kamera-Zoom-Tests Die Ingenieure von DXOMARK erfassen und bewerten mehr als 400 Testbilder in kontrollierten Laborumgebungen sowie in Außen-, Innen- und Landschaftsszenen bei schlechten Lichtverhältnissen Wobei sie die Standardeinstellungen der Kamera verwenden und mit verschiedenen Zoomfaktoren von Ultraweitwinkel bis hin zu Weitbereichszoomen zoomen Die Auswertung erfolgt durch visuelle Untersuchung von Bildern anhand einer Referenz natürlicher Szenen und durch objektive Messungen von Histogrammen, die im Labor unter verschiedenen Bedingungen von 20 bis 1000 Lux und Farbtemperaturen von 2300K bis 6500K aufgenommen wurden Video Über DXOMARK-Kamera-Videotests Die Ingenieure von DXOMARK erfassen und werten mehr als 2,5 Stunden Videomaterial in kontrollierten Laborumgebungen und in Landschaftsszenen im Innen- und Außenbereich mit wenig Licht aus, wobei sie die Standardeinstellungen der Kamera verwenden Die Bewertung besteht aus der visuellen Untersuchung natürlicher Videos, die unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen wurden und der Durchführung objektiver Messungen an Videos von Chartreuse, die im Labor unter verschiedenen Bedingungen von 1 bis 1000 plus Lux und Farbtemperaturen von 2300K bis 6500K aufgenommen wurden Am Ende des Videos hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video